Hallo, hier ist Martin von Money Mankey, ist das die DAX-Analyse für nun Freitag, den 11. Juni 2021 und unser DAX, der hat ein kleines Karussell gespielt zum Donnerstag, der hat sich schön hin- und hergelegt, hat, denke ich mal, viel ein bisschen überrascht mit den Bewegungen, wie er es abgelegt hat. Vorbereitet hatten wir uns dahingehend, dass er gegebenenfalls eine ganze Etage tiefer auftritt, dass er vielleicht schon die 480 hier unten komplett aus dem Vortag rausgeht, das hat er gar nicht getan, er ist eigentlich im Grunde genommen in der Handelsspanne des Vortages umhergesprungen, ohne dass er aber unten drunter gegangen ist, noch drüber gegangen ist. Das heißt, reiner Inside-Day mit doch ganz guten Bewegungspunkten, die da abgespult wurden, das heißt, es wurde gut Umsatz umgetreten, aber auf der Stelle, also Käufer, Verkäuferüberhang konnte da nicht ausgemacht werden. Wir haben darüber gesprochen, dass der Donnerstag ganz oft in der Vergangenheit oder in den letzten Wochen bekannt war durch das schöne Tief und dann hinten raus die, ich sag mal, Wochenschlussbewegung zum Freitag, die dann meist noch die Wochenkerze ins Grün gesetzt hat. So richtig hat er das nicht vorbereitet, zumindest nicht so wie die letzten Wochen, aber ich sag mal, er hat jetzt auch nicht das Gegenteil bewirkt. Wir hatten ja gestern darüber gesprochen, was wäre, wenn der Dax sich per Tagesschluss hier runterlegt, wenn er jetzt um Donnerstag runtergeht und unten stehen bleibt, dass dann eben zum Freitag weitere Kursabgaben möglich sind, nicht dieses klassische Hochziehen. Hier ist das Fenster definitiv noch offen, also ich würde fast sogar sagen, dass man hier jetzt den Long Trigger schon ein ganzes Stückchen tiefer ansetzen kann, dass man sagen kann, okay, alles was da jetzt über 6,50, 6,70 drüber geht, bin ich natürlich jetzt, warte mal, 6,45 ist hier, 6,70 ist da. Ja, ich würde das schon so sagen, also wenn der da drüber hoch treibt, dann würde ich mich persönlich darauf einstellen, dass der bis Tagesende hoch schiebt. Ja, so wie wir das kennen, vielleicht ein neues Wochenhoch setzt, neues Allzeithoch und dann Montag erneut den Anspruch versucht, also in dem Sinne würde ich hier einen Long Trigger mitgeben. Ich würde unten den Bereich noch stehen lassen, sollte er Schwäche zeigen, sollte er abkippen, sollte er unter 5,50 wieder abtauchen, wäre das schon so ein kleiner Frühindikator, dass wir nochmal eine 5,10 austesten, testen wir die 5,10 recht früh aus, Freitag früh, recht früh, noch vor 9,30, und er stützt sich kräftig wieder davon ab, dann kann man das als Initialzündung sehen, dass er sich dann auch bis zum Abend tatsächlich hochzieht, also er muss ganz klar da drunter, ohne wenn und aber, der muss das kaputt machen, jetzt 5,30, 500, das muss weg, das muss knacken, nur so geht nach unten einfach mehr Potenzial auf, das ist Fakt. Und dabei bleibt es auch weiterhin so, dass dann eben hier Zielkorridor um 4,30 auszumachen wäre, zumindest vorerst. Also da erste schöne Anlaufstelle, 4,30 bis 400, wäre eine gute Zone, um sich zu stabilisieren. Wenn er denn noch die 500 aufgegeben bekommt, und dann müsste man hier schauen, wie fängt er sich hier, fängt er sich hier nämlich nicht, da haben wir ja gestern drüber gesprochen, würde sich auch gut Potenzial nach unten freisetzen, aber Risiko geht langsam nach oben. Wir haben, Entschuldigung, wir haben die Montag, Dienstag, Mittwoch sich ja letztendlich breit gemacht hat, zum Donnerstag nicht weiter verwirklicht bekommen, also er hat ja gegengesetzt, der Tagesschuss ist zwar nur leicht höher, aber er hatte keine weiteren Tiefs geliefert halt, und da hat er schon deutlicher auf die Bremse getreten, demzufolge, und das wird meiner Meinung nach jetzt schon das Risiko nach oben auf jeden Fall erhöhen. Dass er versucht, oben jetzt wieder rauszulaufen, diesen typischen Freitag zu liefern, an dem dann auch wieder neue Wochenhochs drin sind. Glaubt nicht, dass das einfach wird, und man super saft da einfach long und hinten raus. Der wird das anders machen, dass er irgendwo unter dem Tag das nicht gut gegriffen kriegt. Er wird da oft zurücklaufen, schön rumschlagen, schön hinten schlagen, und sich aber Stück für Stück immer weiter hochschieben. Und deswegen sollte man sich gut jetzt drauf vorbereiten, weil dann kann man gut auf sowas reagieren, wenn man das dann instinktiv versucht, wird das meistens nicht. Das Beste ist dann halt wirklich diese Rückläufe sich genau anzuschauen, und dann eben, wenn die aufdrehen, dann dort die longen Positionen zu suchen. Wenn ihr merkt, Stück für Stück kommt er höher und höher, ich stößte mal wieder nach unten, aber Stück für Stück kommt er höher und höher, dann wirklich ganz kritisch diese Rückläufe angucken, wo wirklich dann alle denken, oh, jetzt fällt er aber richtig los, und nein, dann dreht er sich wieder ein, kippt, dreht nach oben auf, und dann wäre das die richtige Stelle, um eine longen Position zu suchen. Das dürfte zum Freitag gut klappen, ansonsten da, genau, Punkt, nee, ist eigentlich, mehr kann ich gar nicht so sagen. Ihr kennt das alle aus den letzten Tagen, der eine oder andere ist bloß nicht ganz so ehrlich zu sich selber, weil es immer wieder, dann hofft man immer, na, heute wird es anders, heute wird es anders, und am Ende kommt es dann doch wieder genauso, und ärgert man sich, dass man nicht einfach früh long rein ist und am Abend raus. Kann man probieren, kann man auf jeden Fall probieren, es wäre legitim. Ich persönlich glaube aber, dass wir schon hier unten, dass er, ich glaube schon, dass er es nochmal probiert hat, ne, also, er hat halt nach oben auch nichts geliefert zum Donnerstag, diese klassische Vorlage für den Freitag, die haben wir nicht, ne, dass er nochmal schön unten bereinigt, Stops rausträgt, sich dann richtig lang oben rausstreckt, wahrscheinlich waren auch dafür zu viele vorbereitet, das weiß ich nicht, aber er hat es nicht gemacht, das ist nicht die klassische Vorlage, wie wir sie aus den letzten Tagen kennen, aber es ist eine Stabilisierung zu erkennen, und ich glaube, wenn da jetzt steigende Hochs und steigende Teams kommen, dann darf man sich darauf einstellen, dass das auch durchaus nochmal zu einem neuen Allzeithoch die Woche führen kann. Ja, ansonsten, alles, was unter 10, unter 500 geht, ist dann Risiko, macht auch deutlich, dreht die Chart-Tacke einfach um, ne, bringt hier ein bisschen diese, 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 diese Keilauflösung ins Spiel, diese Station wäre dann 430, 400, aber später auch durchaus mehr, wenn er dann hier die Reaktion kurz durch hat, weil das ist kein Punkt, an dem man jetzt von hier dann wieder da hochläuft, das ist eher ein kurzer Punkt, um eine kleine Reaktion zu machen und dann weiterzufallen, ja. Gut, okay, also mehr kann ich euch in dem Sinne nicht mitgeben, wir können kurz am Tag reingucken, müsste aber Doji am mittleren Band sein, ne, nicht ganz am mittleren Band, Doji ist auch nicht ganz, in der Inside-Kerze, lange Schatten an der Kerze dran, Zeug von Unsicherkeit, Markt weiß nicht, ist er jetzt über den Trigger, will er weiter hoch, weiter oder nicht, Käufer, Verkäufer, geben sich momentan auch das Gleichgewicht, das kann sich aber schon ändern, sobald ihr das mittlere Band auch nach unten ausgibt oder wieder in die grüne Tageskerze reinkommt, ne, also eins und beiden, könnte hier dann ein bisschen den Knoten lösen. Ich persönlich würde die Wahrscheinlichkeit eher sogar nach oben sehen, muss ich schon sagen, ich glaube aber, dass wir einen schwachen Start kriegen, ja, schwacher Start und dann hoch, das wäre eigentlich das, was ich favorisieren würden wollen, geht aber unter 500, gerne, 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 also, dann rufe ich einmal herzlich willkommen, wenn er bei der 430-Jahre angekommen ist, ne, gut, ja, haben wir sonst irgendwas, was wir hier beachten können? Ne, eigentlich nicht, Freitag, letzter Freitag, bevor dann in die Verfallswoche reingeht, nächste Woche ist Verfallswoche, am 18. ist großer Hexensabbat, verfallen die Future-Kontrakte, ne, wer Futures hat, der sollte dann in der nächsten Woche zusehen, dass er die gerollt bekommt auf die neuen Kontrakte und so weiter, meistens machen das ja automatisch, Optionen verfallen, DAX-Optionen verfallen, Aktienoptionen verfallen und eben die Future, deswegen drei verschiedene Produkte, großer Hexensabbat, ähm, warum ist das wichtig? Das ist in dem Sinne wichtig, weil, äh, das ist der einzige Punkt, das ist im Monat, wo Leute auf den Tag, auch von einer bestimmten Uhrzeit hin, einen bestimmten Kurs brauchen, ne, ansonsten ist es dem meisten egal, was macht der Montag, was macht der Dienstag, scheißegal, wenn er steigt, dann steigt er, wenn er fällt, dann fällt er, ne, aber auf diese Verfallstermine hin, sind meist relativ hohe Beträge gesetzt, ne, mehrere, höhere Millionenbeträge, wenn nicht gar noch mehr, äh, die dann auf ein bestimmtes Kursniveau abzielen, zu dem Zeitpunkt, und das sind Leute, die haben meist nicht nur die, weiß nicht, 10, 20 Millionen, die sich in eine so eine Position reinstecken, sondern die haben halt noch was in der Hinterhand, um eben auch zu sagen, ähm, mit dem Geld, was ich noch in der Hand habe, sorge ich dafür, dass das Geld, was ich gesetzt habe, auch in den Gewinn kommt, ja, die zocken nicht, sondern die positionieren so den Gewinn, dass sie genau wissen, den kriege ich noch reingedreht, ne, und das, das ist dann, was man sieht, die Leute, die dann, oder die großen Anleger, die dann ihre Schäfchen versuchen ins Trocknen zu bringen, ne, die dann versuchen, ihre Position eben, äh, in den Gewinn noch reinzuschieben, durch Stützungskäufe oder Verkäufe, ähm, wenn man sagt, okay, bevor ich jetzt, äh, ich will eh Position abbauen beispielsweise, habe aber Put-Optionen, die am Freitag, nächste Woche Freitag verfallen, dann reduziere ich vielleicht jetzt schon Position und nicht erst in zwei Wochen, weil ich eben dadurch den Kurs noch ein bisschen begünstigt kriege, weil ich ihn geschoben kriege und so weiter und so fort. Also deswegen sagt man, deswegen beachtet man, es ist ein wichtiger Zeitpunkt, an dem bestimmte Interessen gelten und auf so einen Moment wird hingearbeitet, ne, man kann über Fallstagsdiagramme da ein bisschen gucken, ein bisschen in eine, in eine, in eine, in eine Einordnung kriegen, wo das günstig wäre, aber dafür ist, man sollte halt immer daran denken, dass viel, 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 viel mehr over the corner gehandelt wird, ne, also das heißt, äh, außerbörslich nicht, nicht am Haupthandelsplatz, wo man das einsehen kann und demzufolge sind diese Diagramme halt oft nicht ganz so aussagskräftig. Wenn da einer eine dreimal so große Position, 500 Punkte weiter unten hat, dann denkt man hier, man muss jetzt hier long gehen, weil das Verfallstagsdiagramm dort die große Position anzeigt. In Wirklichkeit ist die große Position aber viel, viel, viel weiter unten. Diejenigen, die darauf hintraden, die wissen das, die mit den ganz großen Depots, die die dreimal so große Position haben, wie es im Buch steht. Die wissen das, die nutzen das für sich, aber wenn man dann in so ein Verfallstagsdiagramm reinkommt, lässt man sich halt auch leicht täuschen. Und deswegen zeigen wir das auch nicht mehr, wie viel zu viele sich dann da immer drauf versteifen und dann glauben, das muss zum Verfall da und dahin und der macht der Markt genau was anderes. Und da habe ich euch, glaube ich, nicht geholfen, wenn ich euch dann sowas zeige. Deswegen gucken wir einfach hier drauf, beachten ein bisschen, behalten das im Hinterkopf, dass es entsprechende Bewegungen gibt, die ziehen kann. Und man kann ja im Chart auch ein bisschen erkennen, wo die Jungs versuchen hinzuziehen und wo eben auch nicht hin. Und momentan muss man schon sagen, ging die Woche erstmal gut nach unten, hat zum Donnerstag jetzt noch nicht so die Drehung nach oben reingekriegt, Tageskerze ist noch rot. Also wenn jetzt der Freitag auch ein roter Tag werden soll, dann glaube ich, wird auch die nächste Woche von Abgaben unterseht. Dann bereitet man das ein bisschen vor. Und von daher ist es ganz interessant. Also unter 15 sehe ich den eher tiefer, wenn ihr drüber klettert über den Donnerstag, ja doch über den Donnerstag, ja scheiß drauf, dann ist es halt so. Also dann wieder Hochrichtung 670, 700, 730, 780, 800, das sind dann oben die Ziele, wenn er sich jetzt hier oben rausgestiegen kriegt. Und da wir das oft, 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 oft gesehen haben am Freitag, eigentlich fast jeden Freitag jetzt, trotz schwacher Anfangswochenanfänge, fast immer noch mal ein neues Allzeithoch zum Freitag bekommen haben, sollte man einfach drauf achten. Es wäre jetzt ignorant, das einfach drauf zu geben. Wenn der unter 15 abgeht oder sich deutlich schwächer zeigt, auch die 550 fallen lässt, das ist was anderes, dann kann man das versuchen für sich zu nutzen. Aber wenn er nach oben arbeitet, dann ist es eigentlich Quatsch, hier oben Schurz zu suchen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass der wieder das gleiche macht, ist dann halt deutlich erhöht. Gut, okay, dann werde ich somit das Video hier zumachen. Ich wünsche euch viel Erfolg, schon mal ein schönes Wochenende und wir hören uns dann am Sonntagabend fürs Video zum Montag wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020